Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Das Imperium kontrolliert jeden Winkel der Galaxis. Doch es wird von einer Rebellion in Atem gehalten. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Kay Vess, die neue Lieblingsgaunerin der Unterwelt. Endlich treffen wir uns. Was willst du? Sarek Bash. Sie sind neu, reich und berüchtigt. Du hast ihren Boss Lero verärgert und jetzt will er deinen Kopf. Ob ihm sein Geld und kauf dich frei. Dieser Auftrag ist lebensmüde. Bin dabei. Hier draußen entscheidet ein Ruf über Leben und Tod. Du willst überleben? Kenne die Draxier. Du kennst diese Welt nicht. Was ist dein Problem? Komm wieder, wenn du es tust. Jabba, richtig? Gut, mach keinen Fehler. Meine Crew hat einen Palast um... Okay, wir überspringen diesen Teil. Solange ich mich erinnern kann, gab es nur Nix und mich. Und wir taten alles, um zu überleben. Dieser Auftrag ist meine Chance, frei zu sein. Aber wenn wir das durchziehen wollen, brauchen wir die richtige Crew und das richtige Schiff. Los geht's! Ich nahm dich, weil du eine der besten Kopfgeldjägerin bist. Sie ist besser vernetzt, als du gesagt hast, Slero. Beth ist ein etwas Größeres verstrickt. Das Outer Rim ist ein gefährlicher Ort. Alle kämpfen um ihren Teil der Galaxis. Aber ich will nur in Freiheit leben. Und dafür riskiere ich alles. Wer fährt nix? caiungen. Ja. Wer fährt nix? Nein. Vielen Dank.